Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skate 3. Ja, das haben wir jetzt endlich abgeschlossen und ja, es ist bald zu Ende das Projekt. Es ist zwar schade, aber... Sackgasse? Ja, ganz eindeutig. Ist zwar schade, aber jedes Projekt geht einmal zu Ende. Puff, so, tot. Nur noch erobern das Grundstück. Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Das ist nur noch das hier. Wir beiden natürlich erst mal Buck and Play. Buck and Play. Und ja, wenn das fertig ist, dann ist das Projekt ja schon um. Aber ich verspreche euch, es kommen auf jeden Fall noch echt geile Let's Plays. Gestern waren wir auf Klassenfahrt, deswegen kam auch gestern keine Parts. Also gestern, sprich, den 10.04. Und da habe ich mir auch ein neues Spiel geholt, dass ich auf jeden Fall noch Let's Play wäre. Weil... Okay. Das hatte ich schon vorher auch geplant, das zu Let's Playen, aber hatte das Spiel noch nie besessen. Aber jetzt habe ich es ja. Okay. Was ist das denn für eine... Okay, die Aufgabe ist irgendwie cool, aber auch irgendwie... Wow. Läuft die auch wenigstens mal Musik? Ja, jetzt fällt die Musik an. Jetzt wird schwer. Ja, f-b-b-b-b-b-b-b-b-b-f-peck. Gut. Keine Ahnung. Reiters zusammen. So, 6, 9. Na, woh! Wow, ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Weiter geht's. der Hand so hat er nicht war fertig Parallel Universum 50 gerade über den engen Pfad fünf Prozent Prozent der Urschlag und ich habe keine Ahnung was ein 50 geworden ist er das auf Zeit was ist ein 50 geworden die Hochschule Prozent um Prozent er hat mich jetzt genau Prozent der Männer Mann an der Ausgleichs steht ihr kein gewollten oder sowas hier da ein wartet kurz mal ein Moment so war wieder ein paar Probleme ihr wollt gar nicht wissen wie es erst in Fernseher hasse ach da auch ich bin zu klicken ach so okay und zwar ich habe ja noch diese alten Scheiß von der Bilderdinger hier ich habe keine Ahnung wie ich die nennen soll und ab und zu springt das schon mal raus und dann habe ich kein Bild mehr und genau das ist gerade passiert ich muss den komplett schaffen Mann okay ja okay so jetzt erstmal richtig hinsetzen wieder weil ich hatte gerade keine Zeit mehr dazu ich habe keinen Bock da draus zu schneiden ich bin nur wieder an meinem Headset hängen geblieben ich hänge ungefähr am Tag achtmal an meinem Headset hängen wenn er auch öfters und Prozent das sind Sorge jetzt wird auch schon das letzte Mö Reiter die Welle 500 Punkte Prozent 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 A8 ach so ist so ich glaube das ist gar kein richtiger Quint sondern eher nur das hier genau Prozent okay das war eine der einfachsten Aufgaben die es je gegeben hat aber egal Prozent ich bin es gut na ey was bin ich denn heute so ich will irgendwie alles schnell 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 lass dir doch Zeit Junge du hast doch Zeit ähm äh ich weiß nicht was heute mit mir los ist Dach Party jetzt kommt's äh 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 hüh 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 okay gap to quaint was ist denn ein gap to quaint das hier bestimmt oder ja das war ein gap to quaint das war ein gap to quaint Alter wie geil ist das denn es zählt es zählt obwohl es eigentlich hätte gar nicht zählen dürfen aber ey es zählt auch gap eine Treppe nach oben noch ein 600 Punkte quaint okay schon erstmal den 600 Punkte ah grummiger musik aber ich finde gut okay dann äh gäbe ich erstmal die Treppe nach oben zack was war ein gap to quaint was das war kein gap to quaint äh wow was war das denn äh hat das zählt aber quaint die hohe äh eckletch wo ist sie hat das alte pappel sind ja alle da unten super nein dadurch verliert ich doch nur zeit ist eine zuhause hätte er weiß was was ist denn so jetzt aber kommt schon wieder alter okay egal was zählt das ist nicht warum drückte Stelle auf neue Staaten ich bin so blöd die Musik ist irgendwie Loll aber auch in die 30 Kuh ich kann das war noch 18 er was sind denn hier 18 Meter nein da Toto war das 18 Meter da steht noch gut 1,6 Meter ach so es hat ja auch gezählt ja Park & Place vorbei geil Waden Schafranski das sieht ein bisschen schwul aus um ehrlich zu sein und das hat die Frauen bestimmt nett Waden hat dir ein Wort geschenkt ja danke danke ähm lohnt es sich jetzt noch was anderes anzufangen ich denke schon ne ach das ist schon wieder ein neues zugekommen ne äh was kenn ich denn noch also neue Fabrik kenn ich noch mehr kenn ich nicht also neue Fabrik kenn ich noch aber alles andere wäre blind das hat noch mehr so neue Fabrik ich hab gleich für den Schluss auf ihn das Beste kommt zum Schluss auch ne da weiß ich gar nicht was auf mich zukommt eine Aufgabe weiß ich aber noch von irgendein dieser drei und zwar tatsächlich verdammt 50.000 Punkte oder so nur durch Handplans und Footplans und boah das ist nicht dübel das ist hier die alte Fabrik und du siehst man äh neue Fabrik genau ok wipptidu wie geil wipptidu da voll das Ziel ok oh Gott 30.000 welcome ist doch nix in welcher Zeit mit Schrag Minuten und 30 ja Leute ja ich hab nix gesagt ach komm das ist doch ist doch echt einfach ja guck mal an ah obwohl vielleicht wieder doch gar nicht so einfach weil das halt dann ho ho das ist aber schon geil ich bin einfach der Master wuhu ah schade bin ich auf die Fresse geflogen wow was war das denn oh ne der war zu hoch ja ok noch 10.000 Punkte komm ist doch nicht schwer boah das war knapp boah das war knapp ah jetzt langsam aber hm wobei die Punkte nicht mehr 100 nochmal 3000 na auf das klappt auf jeden Fall ja bitte na komm gib mir mal was schwereres gib mir mal was schwereres ja wuhu so erste Aktivität von neun und die war eigentlich schon ziemlich cool auch wenn sie einfach war ja und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Aktivitäten in dieser neuen Fabrik ja und ich hoffe ihr freut euch auch darauf und deshalb hoffe ich auch dass wir uns im nächsten Part wiedersehen tschüss